Hallo, ich bin Justin Rebbe, bin elf Jahre alt und fahre wie ein Kart. Ich bin zwei Jahre in der Halle gefahren und seit drei Jahren fahre ich auf der Rundstrecke. Ich bin zwei Jahre alt und fahre ich auf der Rundstrecke. Zur Zeit fahre ich bei ADAC Kartmasters DMV und mein Team heißt TR Racing. Mein schönstes Erlebnis war in Han, da stand ich zum ersten Mal auf dem Treppchen. Ich fahre dieses Jahr ADAC Kartmasters. Mit meinem Team TR Racing und ich versuche Meister zu werden. Ich bin zwei Jahre alt und fahre ich bei ADAC Kartmasters. Ich bin zwei Jahre alt und fahre ich bei ADAC Kartmasters. Ich bin zwei Jahre alt und fahre ich, bis ich mit dem Treppchen. Untertitelung des ZDF, 2020